So, ich bin Templin, gehe jetzt zum Heimatland, in dem war ich auch schon mit euch. Da hole ich mir Grumsiner Gin aus der Uckermark. Soll richtig lecker sein. Ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich habe versprochen, ich bringe welchen mit. So, es ging schnell, da war sogar der Johannes da, den hatten wir gestern noch getroffen beim Standtisch und ist ja dann mit uns auch zurückgekommen nach Templin und ja, so schnell geht's. Jetzt halt wieder zurück nach Milmersdorf, da muss ich noch ein bisschen einkaufen für den Mittagessen und dann heute Nachmittag geht zurück auf die Insel. So, kurz beim Netto, heute soll es nämlich Tell, Kartoffeln und Quark gehen bis zum Mittag. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Knudelchen. Kuscheln, ne? Ja, kuscheln bei dir ein bisschen zusammen. So, geht wieder zurück auf die Insel. Der Urlaub ist vorbei. Das hört auch geil an, oder? Geht zurück auf die Insel, der Urlaub ist vorbei. Naja, na ha ha, wohnen wo andere Urlaub machen. Den Spruch kann auch kein Insulan mehr hören, glaube ich. Naja, aber so ist es. Wir sind traurig. Ja, mal gucken. Morgen sind ja Wahlen. Wetter soll scheiße werden, was schlecht ist, weil dann gehen alle, die keine Lust haben, auch nicht zur Wahl. Aber die Nazis gehen auf alle Fälle zur Wahl. Denen ist das Wetter nämlich egal. Das ist sehr schlecht, glaube ich. Oh ja, gut. Oh ja, gut. Oh ja, gut. Ich werde gerade maßgenommen von Mücken hier, aber richtig. Sehr windstill heute und extrem viele Mücken unterwegs gerade. Guck mal, wie viele Leute anfühlen. Guck mal, wie viele Leute anfühlen. Ja, ja, ja. Guck mal an. Ich habe es noch nie erlebt am Strand hier. Ich gehe im Sommer immer nicht so gerne im Wald, weil ich da immer voll Mücken hänge. Und deswegen gehe ich lieber an den Strand morgens oder spätabends, wenn es auch okay ist und nicht mehr so viele Badegäste da sind. Aber es ist gerade extrem hier mit Mücken. Krass. Noch nie so erlebt. Echt übel, wie viele Mücken hier gerade sind. Das ist echt immer mal. Oh, wir hauen wieder ab. Mücken sind echt unerträglich gerade. Richtig schlimm. Nicht mal im Wald habe ich so viele Mücken gehabt. Sind schon komplett Zerstochung. Ist sehr unangenehm. Ja. Ist ja nicht so schön. Ich fühle mich schon richtig schwach, Monika. Ich habe schon ein guter Blut verloren. Zum Methoden. la